Ja, lieber Besta, du hast nun gerade eine Session gehabt und in der Session hast du die Frage gestellt, was ist denn eigentlich Integration, wann ist man denn endlich integriert, was wird denn noch von einem alles erwartet, wenn man so als geflüchteter Mensch nach Gelsenkirchen beispielsweise kommt. Ja, welche Antworten hast du bekommen, was hat dich beeindruckt? Gut, also wie jetzt meine Frage, wie habe ich meine Frage und dann die Antworten an meine Frage gehört habe, also manche Antworten waren richtig hilfreich, aber es ist noch nicht so, dass alle Menschen denken, das ist so Integration. Es ist unterschiedlich von einer Person zu einer anderen, aber wichtig ist, dass man das richtig verstehen kann und man nicht einfach so in falsche Richtung denkt. Also das heißt, ich habe so gehört, dass manche Menschen denken, dass die Integration heißt, dass sie haben so Angst, dass sie ihre Nationalität oder Identität vergessen. Das heißt nicht, dass du, du musst nicht deine Identität vergessen, gar nichts. Niemand hat das gesagt, dass ich meine surische Identität vergessen muss, sondern noch, ich muss meine Identität respektieren, gleichzeitig mit den anderen auch sprechen können und mitarbeiten und mit umgehen. Also das heißt nicht, das war eine Antwort und das ist eine falsche, so Gedanken bei vielen, die dann haben Angst, in die deutsche Gesellschaft hereinzukommen, weil sie Angst haben. Sie denken dann, wenn ich eine Deutsche wäre, dann muss ich meine türkische oder surische oder libanesische Identität vergessen. Und das ist überhaupt nicht so, wie ich sehe. Also alles, ich habe nicht so viel Erfahrung, aber als Flüchtlinge, die hier ein Jahr so Fuß gegangen und viel gesehen hat, das ist meine Meinung. Was mich auch bewundert von den Deutschen, also von den Deutschen selbst, die Jungen, die Antworten, das war so sehr, sehr beeindruckt und das war richtig gut eingesetzt. Das war einfach die Antwort. An die Gesetze einhalten und mit, also arbeiten, einfach ist es so. Und keine Angst haben, dass du deine Sicht selbst verlieren kannst oder vergessen. Nein, niemand hat das so gesagt. Ja, ich finde das ganz wunderbar, was du gerade gesagt hast und ich hoffe, dass viele Menschen heute aus diesem Barcamp herausgehen, mit diesem positiven Gedanken und dem, ja, Energie und Elan, das auch weiterzutragen. Toll. Ja, danke. Ja, das kann ich auch sagen, dass man niemanden die Hoffnung verlieren. Das ist ganz wichtig. Niemann. Niemann ist auch. Ja, ja. 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 Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020